Ich bin draußen unterwegs mit dem Dirk, alias Stadtgekoch, da hinten irgendwo, wo ist sie, wo ist sie, da, da, da hinten, da ist Susi und Rico und mein Liebster ist auch dabei, da, der da. Wir wollten uns heute ein bisschen die Lieblings- und die Heilung so angucken, was es findet, ich hoffe, man hört überhaupt irgendwas. Ich hoffe, man hat uns ein wenig enttäuscht, wir dachten, wir haben hier richtig so Dünen, richtig Wüste und mehr vielleicht und mehr noch, ja, das ist ja toll gewesen, aber bisher ist halt alles so, was wir alles noch finden. Ja, was ist das, eine Treib... Treibladungshülse. Eine Treibladungshülse haben wir gefunden. Ja, wir haben Arno. Was sagst du zu unserer Wüste, Dirk? Der Hammer. Krach, ne? Reicht das? Ne. Wo ist das Wasser? Ah, verdorst. Wasser. Ah. So, der Einzige, das jetzt hier richtig was kocht, ist der Dirk. Und bei mir, bei mir gibt's, äh, sieht man's da, bei mir gibt's Couscous-Salat. Lecker Schmecker. Bei ihm auch. Bei meinem Freund auch hier da. Bei Jungs auch Couscous-Salat. Ich hab Essen gemacht, deswegen muss man das Essen, was ich gemacht habe. So, Susi und Rico haben sich heute schon verabschiedet, jetzt sind wir noch zu dritt. Wir haben gerade schon einen Geocache gefunden, der war sehr schön versteckt und jetzt wollten wir nochmal einen zweiten suchen. Mal gucken. Und wir haben jetzt, äh, richtig schöne Aussicht. Moment, die muss ich kurz zeigen. Aussicht. Richtig toll, oder? Geil. So, abschließende Worte noch zur Wüste. Es war ernüchternd. Es war nicht so wüstig wie erdacht. Aber gut. Man weiß es ja auch immer erst, wenn man da ist, ne? Jetzt, äh, erkundigen wir noch was anderes und was ist? Was ist los? Die letzte über mich. Ich weiß aber nicht was. Shani, hast du den Cache schon gefunden? Wo ist denn der Cache? Hm. Vielleicht... Vielleicht da? Oder hier? Oh! Ich glaube, da ist er. Wo? Hier! Ich habe ihn gefunden! Boah! Wow! Ich bin so stolz auf mich. Du hast aber auch einen Blick dafür. Wahnsinn! Oh! Oh! Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich. Und da kann ich ihn des ZD-Mes. Ich bin so stolz auf mich. Ufff. Musik Wüste war ja ein wenig... Ach, von der Wüste hast du nicht mal Tschüss gesagt? Ich hab nicht mal von der Wüste Tschüss gesagt, nein, nein, nicht mal, nicht mal, ich bin voll die Bitch, yo. Also, warte mal, ich sollte vielleicht anders noch hindrehen, so. Die Wüste war ja ein wenig... Ja, Mist. Wenig mystisch, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das an uns lag oder an der Wüste. Ne, Militär! Die Wüste war keine Wüste mehr. Sie war keine Müste mehr. Wir haben da auch die Gebäude nicht gefunden, es hieß da wären Gebäude noch drauf, aber irgendwie, keine Ahnung. Ne. Müssten wir nochmal per Internet nachgoogeln. Also sind wir zu einem anderen Lost Place gefahren und das habe ich hier jetzt nochmal so, ne. Ich hoffe, es hat gefallen. Vielleicht mache ich auch zwei Videos draußen, das Lost Place kommt nächstes Mal. Keine Ahnung. Mal gucken. Mal gucken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss!